Die Firma Autoverwertung Mike Bieber stellt den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg mehrmals ihr Gelände zur Verfügung. Hier können sie das Retten von eingeklemmten Personen üben. Verschiedene Unfall-Szenarien werden relativ realistisch nachgestellt. Solche Ausbildungen sind sehr wichtig. Jedes Fahrzeug ist anders, jeder Unfall ist anders, um im Ernstfall die verletzten Personen so schnell, aber auch so schonend wie möglich aus dem Fahrzeug zu retten. Die Autoverwertung Bieber bietet jeder Feuerwehr diese Möglichkeiten jederzeit an. Diese vorbildliche, aber auch nicht selbstverständliche Haltung gegenüber dem Feuerwehrwesen verdient es einfach gewürdigt zu werden. Aus diesem Grund wurde das Unternehmen beim Kreisfeuerwehrverband für die Auszeichnung Förderer der Feuerwehr vorgeschlagen. Diese Auszeichnung wurde stattgegeben. Die Auszeichnung nahmen der Vorstandsvorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Ehrenfried Keller, die Bürgermeisterin von Lichtenberg Steffi Schädlich und der Gemeindewehrleiter Lichtenberg Daniel Schmieder vor. Die Familie Bieber hat zugesichert, dass diese Trainingsmöglichkeit auch in kommender Zeit bestehen bleibt, damit die Feuerwehr im Ernstfall immer bestmöglich ausgebildet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017